Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer zum Battlemages Sign of Darkness. Ja, ich bin extra im Pausenmenü, weil ich habe jetzt alles, oder so gut wie alles, was wir in der letzten Auflaubsession gemacht haben, jetzt nachgeholt. Was ich konnte jedenfalls. Also wir haben, ich habe Dahlia gerettet, diesmal ordentlich. Indem ich meine Truppen, ich gehe mal aus dem Menü raus, indem ich meine Truppen hier postiert habe und denen entgegengekommen bin. Habe hier so gut wie alles gemacht, was wir das letzte Mal auch gemacht haben. Also hier oben die Geisterhau, ich hoffe wir hatten sie gemacht. Hier die beiden Sachen. Hier im Sumpf habe ich alles gemacht. Hier die Sachen habe ich gemacht. Das Bärenlager hier. Den Knoten hier. Was jetzt noch offen ist, was wir gemacht haben, ist der Energieknoten, weil die Quest habe ich jetzt erst gekriegt leider. Hier unten die Geisteraue. Oder der Naturknoten oder was das auch immer hier nochmal ist. Und das Lager der Pirscher hier. Äh, des kriechenden Todes hier. Das sind die Sachen, die noch offen sind, von denen, die wir gemacht hatten. Der Turm ist gebaut, Dahlia ist gerettet. Die erste Welle an Gegner musste ich schon zurückschlagen, einfach weil die gleich gekommen sind, bevor ich die Gelegenheit hatte zu speichern. Und ich wollte nicht mitten in dem Kampf speichern. Gut, machen wir jetzt einfach mal weiter. Äh, was nicht gut ist. Das war nämlich nicht die Truppen, die ich auswählen wollte, sondern die Truppen hier. So, erstmal hierher, bitte. Mit euch. Äh. Und ja, ich habe, äh, Bierstände angelegt, einen Quicksave und einen normalen Save. Habe aber das Spiel nicht beendet, sondern bin gleich jetzt in die Aufnahme gegangen danach. Oh, da kommen schon wieder Gegner. Und ja, Aufträge mäßig brauchen wir 400 Steine auch noch für... Unsere Org-Stadt zum Upgraden. So, meine eigene Armee ist jetzt langsam da. So, ihr reitet mal weiter. Und zackt die Steine da ein. Bevor hier die nächsten Gegner kommen. Und auf die muss ich ein bisschen Acht geben. Na kommt, bleibt nicht hängen. So, ich habe Ritter kommen sehen auf unsere Stellung. Okay, Ritter und jede Menge Schützen. Ja? Ja? Wenn will you calm down? So bolzen wir mal alles um. Oh, ihr seid wieder angeschlagen. Wegen eurem blöden Berserkerrausch. In der Flussenge zu kämpfen ist zwar nicht unbedingt die beste Idee, aber machen wir es trotzdem. So. Ihr seid immer noch Verbündete Alle beide gut Oh, der Schamane kriegt auf die Ömmel Dann ziehen wir den mal zurück Oh, und unsere Kriegsherren sind auch relativ angeschlagen Haben sogar einen verloren So, dann warten wir Auf den nächsten Angriff Oh, und hier sammeln sich Truppen Aber nicht aus der Stadt hier, oder? Oh, irgendwas Passiert hier Äh, gut Das Spiel ist abgestürzt Starten wir das Spiel neu Hoffen das Beste beim Loading So, mal gucken Was passiert jetzt Okay, alle Quests sind weg Quests sind weg, Marker sind weg Städte sind weg Ist jetzt nicht so wild Die laufen noch Gut Mache ich mal etwas zurückziehen Ach ja, und Bei dir Auf giftigen Stellen Das hilft am besten hier In dem Fall Die Spirits Die Spirits sind mit uns Gut Unsere Armee ist wieder da Oh Du Ziehst sie jetzt erstmal zurück Hm, yes Can't go on Oh, hier haben wir noch eine Wissenschrift für dich So, warten wir auf die nächste Angriffswelle Ja Ja, bei euch könnten wir irgendwann Stein kaufen We know our own worth The hyena and I Hm, yes Thought so Pillage Really I Thought so I'm going Just show us the targets Are we going to raid this village? Okay Okay, das war jetzt nicht so ganz so geplant Ich würde eigentlich euch beide ins Außenfeld stellen Damit ihr den Our arrows will hit your target And I'll do it Hm Oh, if not us Bogenschützen an den Rücken fallen können sobald die angelatscht kommen What are we going to do? Ja, wann auch immer das sein könnte Da kommt die gegnerische Truppe Let's find a better place to shoot from What? 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 Are we going to fight or what? Now what? Okay Ja, jetzt stehen hier schon wieder jede Menge Truppen rum Now what? Ready to kill Destroy And Filthy humans There is no stopping orcs in a rage Mekon is my witness Oh, no We've arrived chosen one Thank Mekon You're alive Landsmen The time of the great battle has come Until now we were fighting imperial guards And destroying their outposts But now we are strong enough to exterminate all humans in our ancestors lands Raise your axes, friends We are fighting for freedom And the eternal feast with spurn guards Oh well, no We are fighting for freedom No No No